ich hab glück der alter wer hat da gedrückt jetzt gibt's aufs maul freddie richtig deutsch und pünktlich 32 starten jetzt ja da auch recht der anzeigen hauptmeister ja ich habe die hose verloren sie sind ziemlich ja doch umgerutscht da habe ich gerade pünktlich noch mal eine zigarette fertig geschafft ich habe ein jams da tschuldigung ist nicht schlimm gedrückt keine auf die sensoren genau sind wir aus ist nicht schlimm auch nicht geahndet und bei perez auch nicht mario weiß worüber wir nicht gesprochen haben na komm warum durfte die moto gp sonntags in katar fahren während die formel 1 wegen ramadan samstags in saudi arabien ja warte gibt keiner dass der unterschied oha bitte hat er mit dem feiertag nichts zu tun ja das hat das argument das argument war ja große fresse ist auch ungesund also was für eine schöne einführungsrunde ohne stefan dafür ganz hinten was war das argument argument war ja wegen ramadan startet ja am sonntag oder irgendwie so und deswegen oder keine ahnung ja aber warum kann dann moto gp fahren es ist keine ahnung weil wir haben das glaube ich erst montags gestartet wir haben wir drehen uns im kreis wir drehen uns im kreis genau wir drehen uns im kreis oder um es amerikanisch zu sagen wir drehen uns im oval also ich krieg mal der reif nicht wahr was soll das das brenze mach ich doch ja kannst du es einfach nicht oder nicht was er mit der kleine große lippe der kurzer kleine eine 1000 bei 100 ver вместе ich sie sich nicht seinem klopft va canon ja welcher Summer druck mehr einige wasser ist es so eric mach ich baue nicht gleich den jenkins mehr mcm2 ach ich brauche keine warme reiflich juma ist 13 da glaube ich 12 oder 13 hat gefragt erster julian ist erster aber ich bin ja ich werde langsam fahrt ich will kein duell haben nix ich einfach nur ankommen und ich mache ich mache den perras in der ersten runde exakt so läuft das wasser so läuft grüß gott soll man schnell eine granate nuckeln hier das ist ja wer empfiehlt oder was dosenbier einfach bestens die die der war schnell der war schnell ich hab Was ein Wies bin Jo, da gab es eine Berührung Ja, danke Die Betonung gerade, der wird ja mal geil Der alter Mann hat nicht so geschlafen wie die Jungen, Herr Sascha Ja, aber ihr habt alle beim Start gepennt und ich nicht Jo, was, yes, warning Der Uber hat gerade den Ferrari gedreht Naja, alles gut, deswegen habe ich die weißen Reifen darauf gezogen Was magst du, wenn ich die ganzen Rennen fahre Was magst du, wenn ich die ganzen Rennen fahre Ja, danke Hey Leute, die Strecke ist so sexy Vom Flo her Wer fahren kann, ja Ja, Sascha Alter, vor den Lecken kommen Ich habe auch krasse Lecks hier Alter, mein das Putt sich auf einmal 15. nach vorne gefühlt Und bin ich ich kann es aber auch nicht bei jedem bringen weil dafür muss schon gesundes maß an intelligenz haben jetzt sagen ganz grober fehler auf weißen reifen zu starten überhaupt nicht ich merke von der pace her ich komme ich kaum hinterher kürzen wo er ich habe so ein julian hinter mir das irritiert mich gerade sehr ja 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 ich habe zu viel zu lesen hat kann ich nicht werden dass mit stoff gelber drei sekunden schon mein team sollte mich mal vorbeilassen wird doch kommen an er kommen durch ja ja das war mein ziel muss ja nur drei runden dran aber junge ja ja aber knapp ich würde nicht unbedingt an holen nix da und dann hast du schon eine verwarnung ich auch zwei runden mehr stuttgart und jetzt schon bei 1,4 nur noch da beschäftigt mich noch da beschäftige ich mich noch nicht nice oh shit verkackt Oh, malten ist. Jetzt ist das schön mit euch rein Komm wieder Feuerbruch klar Du springst ein bisschen oder das ist der Controller Ich weiß nicht, bei mir sieht eigentlich alles gut aus Hast du einen Schaden, Freddy? Damit werde ich auch nicht Was machen wir die Reifen? Oh, guck mal was dein Schritt macht, Junge Ich bin bei Scheiße nochmal 0,85 schon Ich habe noch 1,7 Was ein Ruckler, Alter Pusch, Pusch Holen dir Nein, ich habe 30% Abbruch 2 Runde, 7 schon Ah, 3 Sekunden, geil Erste Verwarnung Angeber Oh Lars Ist am springen Und auch kurz disconnect Das bei mir auch ganz kurz rein Ich glaube das hatten alle ganz kurz Ja, ja Ja, ja Tschüss Erik Ich warte, ich glaube, wie müsst ihr beide euch dagegen sagen, ich raus raus? wieso war noch bis jetzt super fair er zieht aber ein bisschen nach hara kiri aus wenn ich von hinten mit gucke ich war auf der innenseite und habe ihm genug platz gelassen er macht ach so ja gut das ja die weißen reifen sind so langsam na gut ich habe bei den weißen auch schon 30 naja perdi fährt mit genau party fährt mit richtig hast du richtig gelesen ich glaube hier baut sich jeder reifen sind fastbar schnell ab jetzt ist das ja komplett deprimiert weil party vor ihm das erste rennen mit fährt tut mir nicht leid handi wer ist eigentlich vor dir uwe als der drei sekunden weit ist er von uns weg gleich auch schon sechs also von mir 3,0 also das war ja auch wir können es auch kommen aber am meisten der julia natürlich scheiße wer steher nach neun rund sagte mir mein grüpp lässt nach weißen reifen alter ja ich soll jetzt statt auf softs auf hart wechseln ja ich auch ja ich hab angst um mein sprit ich hab jetzt schon fast eine runde komplett verballert mehr ja ich glaube ich werde mich ganz unauffällig überrunden lassen weil wir den sprit ist echt übel plus 06 das er ist auch krass obwohl ich nicht nutze ja lädt sich kaum auf und ich nutze es nicht und bin jetzt schon jetzt schon bei 10 prozent das geht tatsächlich muss ich ehrlich sagen aber da gibt strecken wo das deutlich schlimmer ist für mich ok was habt ihr denn so an prozenten jetzt kommt bei mir auch du bist mit verlieren ja viel spaß an die die weltweiß rüber ziehen wir haben noch weniger sprit dann was schon wieder so bodenlos junge philipp mit einem frühen boxen stopp ich muss sagen ich verstehe das nicht mal mit dem reifen her der von dem aber ich muss fairerweise sagen für hohe prozente sind die reifen immer noch sehr gut sehr griffe ja das stimmt also habe ich schon 30 prozent bei anderen strecken schlimmer erlebt im schrank rechts in der mitte diese kurve verkacke ich immer so ne jup aber wir alle drei hintereinander weg ja ist doch schön ich würde sie jetzt mal gerne kriegen vor mir ich habe ihn ja auch einfach nur durchgelassen weil er kurzzeitig echt schneller war als ich mhm ich bin im sektor 3 immer so recht schnell dass ich mich von euch absetzen kann ach da bin ich langsam und strafe ich auch ja ich aber auch ich werde auf jeden fall mit einem näheren tankensziel kommen wie sieht es bei euch aus weiß ich nicht soll ich mal gucken 0,82 0,83 0,91 1,5 wie viel habt ihr mehr mitgenommen nichts geht also ohne safety können wir es nicht überleben oder ihr arbeitet euch schon malいく Ihr könnt auch schon dagegen arbeiten, ne? Komm, Schlüsseler, fahr rechts. Ich bin zu dem, die Schöne, die Schöne. Das ist das Problem. Was ist das Problem? Ich bin zu dem, die Schöne, die Schöne. Schlüsseler hat richtig gebackt jetzt gerade. Ja, mir auch. Digga, er fährt mit was hinten drauf. Oh, hast du ihn geholt? Jo, Schatz, Ziel. Ah, okay. Aber ich habe auch alles an ERS, was ich dabei hatte, rausgekloppt. Aber ich wollte vorbei. Ach, Endbox. Alter, 60% nach 12 Runden Hilfe. Alle haben 3 Sekunden schon. Geil. Stoffkamer hat sogar 6. Oh. Ach, nur, jetzt habe ich die Zahl Ferraris vor mir. Paul hat auch 6. Ich habe auch 6. Ich gleich auch. Aber es war eigentlich schon klar, dass es die Strafen der Hagel geben wird. Absolut, ja. Boah, war das knapp, Alter. Wuh. Ja, ich bin safe gegangen. Nein, verdammt. Ich habe gedacht, das reicht für dich. Ah, nein. Wie viele Sekunden hast du Stoppzeit? 2,2. Ja, okay, ich auch schade. Obwohl, gefühlt habe ich bei der Dings reingechoppt. Boah, die beiden Marios geben sich hier richtig auf der Strecke. Es gibt noch Mario? Ja, Uwe Alzen heißt auch Mario. Oh, wild. Nee, da ist Uwe. Was sagst du denn? Ja. Boah, was macht Niklas denn da, ey? Ich habe keinen Griff mehr auf diesen Dingern. Das ist unfassbar. Gib die doch endlich ab. Ja, ich mache heute in der Raum mit das Glück. Halt die aber noch ein bisschen auf. Niklas. Fetty? Ja, bitte. Sollen wir so eine nächste Gerade machen? Ihr seid solche Runde, ne? So nach der Kurve? Ja. Superlieb. Thank you. Bitte? Schalke halten zusammen. Yes. Ich muss so eine Runde. Den Rostocker kannst du aufhalten. So, Reg, soll ich dich ein bisschen aufhalten? Gerne. Bleib nur eine Runde draußen. Ich kann das nicht. Boah, das haben wir zwei Sekunden gebracht. Danke dir. Boah, ich kann die erste Kurve so viel später bremsen. Dann mach's doch. Ja. Do it like you mean it. Ich hoffe, ich homepage real gut. Putz. gelb fühlt sich ja direkt schneller an ist das krass nein woran das wohl liegt ne also wirklich ist ganz übter unterschied zwischen weiß und tschüss hier hat sich gedreht das verbraucher bist du zu viel eingedenkst du warst weg und da kommen schon die ersten nicht feiert war nicht schon drin war es jemand ob meines ich weiß nicht wie gestartet sind nein ich finde die harten tatsächlich gar nicht so schlecht gerade ja auch nicht aber doch die zeit weil ich scheiße fahre ich kann ja nichts hören war das an der box ich weiß noch eine runde und dann mache ich führungskilometer die war im ball noch nicht drin war mein hals und ich kann dir nicht jucken ja du kannst ja ich kann mich nicht kratzen ich klicke mein arm nicht jeden rennerbruch jetzt wird schlecht perfekte perfekte situation für weg was denn kann man kann man ja jemand dafür sorgen deswegen weil ich dritter bin uwe alzen hast du an der kate er hat mich an der kate es ist gerade von mir rausgekommen ja ich war ja noch nicht drin ich glaube das war keine gute rufen noch nicht so noch lange draußen zu bleiben ich glaube da würde man jetzt eiskalt da vorne fahren marco ich boxe ne also nix will das bitte versuchen also abschießen ok schon wieder einfach keine abschießen ja 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 aktuell heißt ja nichts ich kann mir ja noch eine strafe holen oder sonstiges war ich möchte auch nicht geschafft ihr habt nach 12 und 60 prozent auf mit ball da ich muss von dem alpha rauskommt bitte 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 schnell schnell fahr doch scheiße mann alda geht die scheiße wieder los hier also war es noch nicht drin doch in der kurve oha aber doch keine erst mehr haha das ist richtig aber schon seit beginn anrufe seine runde 2 ja richtig ja jetzt ist auch jetzt wollte ich auch ganz mehr ich würde sofort aufs oft gehen glaube ich ich auch auf keinen fall jetzt auch schon aufs oft doch gefährst du 23 runden verzehnt ich kann man geht ab sieben durch sind sieben runden wirst du zeig mal wenn du das vormachstern auf keinen fall halten die sieben runden hier die rufen weil ich denke mal nach fünf runden wirst du so viel rutsch haben rutsch haben ist auch eine geile maß anheit ich habe 20 rutsch heute hey du musst doch mal rein ja ich sehe keine chance so vorbei hinter mir hinter dir darfst du gerne ein bisschen aufhalten ja das ist mein plan aber der zieht schon noch in abschießen per die abschießen ist so du musst den ersatzfahrer was dafür kriegen zeit strafe alter ich setze mich auch für eine milde strafe ein junge ich bin vom gas gegangen und musste inhalte durfte nicht so weit raus weil ich ihn sonst abgenommen ich verstehe es nicht das ist die f1 leuchtig ja weiß ich lass ihm platz geht dann extra noch vom gas damit ich keine strafe bekommen kriegt dafür eine strafe läuft aber egal ich komme ja mach doch ich nicht ich hab noch 1,2 runden ich hab noch 0,2 oh geil das ist party so weit wir schon spätze gut zu machen ganz hinten das war ein bisschen wollen gerne auch ein bisschen mehr Mario wie sieht es mal hier mit sprit aus ich bin schade schön kennst du philip gegen den onkel da ja der rassisten kurs bringt gar nichts du bist nur abgeflogen mann bei den auslaufzonen ist das aber glaube ich relativ unwahrscheinlich das hilft da kommt wenn du nicht dnf gehen kannst viele kurven gibt es nicht das stimmt ja selbst aber du hast doch auslaufzone also passiert doch nichts das kann alles passieren ich bin hab mir nur fast das rad in der box abgefahren das ja mini was mini maus mini am start hier im chat im chat also äh ich werde auf jeden fall aufrollen grüße an den osttiroler nein grüße an den osttiroler flipp was los auf den harten kein sprit ja ich hab keinen sprit man achso äh ja minus 0,05 super ja ja hattest du nicht so viel schritt mitgenommen wie ich putty 31 ich auch ich hab noch 1,1 ich hab keine ahnung aber du schaltest selber oder nicht ja ja ich nicht ja ich hab auch 31 und schalt selber und ich hab fast ja ja ich bin stolz mario ist vor niklas etwas ich auch nicht aber lustig was trotzdem das wäre so als würde jemand sagen die user in bolt ist schneller als mario umlaufen gerücht gerücht genau worte im hemd danke erik bitte aber was passiert ich habe sechs sekunden bekommen auch insgesamt jetzt schön mini post ach du schalte das hätte in dem alter wo das laufen entdeckt hat verdammte axt echt das an dem montag das ist schon schwer alkoholismus oder ist in österreich feierferien unter ferien fangen jetzt sogar nächste woche bei uns nächste woche bei uns rama zotti feiertag ist morgen was denn tag ist doch 20 april ist auch bei feiertag fertig josephi tag josephi tag was denn ein josephi tag habe ich noch nie gehört josephi tag josephi tag genau so viel tag saufi patron der steiermarkt ok dankeschön für die geschichtsstunde ist ja auch egal warum man saufen kann eigentlich der hauptsache grund hauptsachen grund ganz genau ab macht bei mit mehr feiertagen würde ich sagen auf hatte ich zu springen heute eine ausschaut ja komm ran jungen spätestens zu meinem 200 200 geburtstag mini befeiern über vier generationen verteilt geil aller gibt's so ich sicher mich jetzt schon mal ab für den sprit jetzt gibt er seine erst raus ist ja nicht wahr ich habe gar nichts mehr ich meinte flip hat gerade kalkuliert wie wie lange der sprit schwamm muss und das ist vorbei auf jeden fall ja ich lasse ich muss euch eh alle noch durch lassen weil ich kann ja schlecht sprit sparen da kommt höchstens vom gas gehen vom bremsen das könnte ich theoretisch versuchen ja wenn du das eine runde machst dann bist du schon richtig gut dabei glaube ich ich bin alle bei dir springen dann bist vielleicht du das problem also selbst die karte würde glaube ich marco jetzt im kreis kotzen oder ich habe zwölf sekunden so klar er ist auf soft gegangen gerade eigentlich nicht aussachrichter gespürt wird jetzt im roten bereich und jetzt will ich auch mit ihr erst am linken ja komm ran sie vorbei war sonst ja perfekt ja sich das selbst schlopfen schmutz was haben wir nächste woche frankreich nach mexico holt eure panzer raus es geht nach frankreich ja wohl haben wir da gute erinnerung ich bestens war immer bestes quali ergebnis allerzeit bei mir ja habe ich gut in erinnerung ja ich meinte auch damals also wir reden gar nicht über formel 1 ich habe damals auch im ersten weltkrieg soll österreichischen mal an die front gebracht schöne bilder gemalt ja jetzt noch nicht minus 0,3 das ist relativ schnell wieder rein was ist denn bei euch ich bin mal gespannt ob marcus rote noch so einbrechen obwohl er die zwölf sekunden die leiter bau einbrechen und weil ich kann spüren ja auch die strecke ist zwar eigentlich geil aber irgendwie macht da drin kein spaß aber ich weiß nicht die rennen bescheid drei runden mehr mitnehmen aber 15 sekunden geil junge bleib doch mal zwischen den weißen linien allerdings ich weiß nicht mal viel oft weg aber ich kann kein unterschied an Prozent korrigieren und oft wegfaden ist oder das spiel denn du hast ja schon bei mir weiß dass das spiel schon zum glück und ich sag zwar mit zwei oder drei runden seit 20 Prozent da herzlichen Glückwunsch ich bin aber nicht weg ich musste jetzt mal ein bisschen sparen aber irgendwie klappt es nicht so wirklich für den wird mich jetzt einfach so wie sie weg snacken kommt vorbei ja du bist einfach nur party kriegen kriegt ihr sowieso spätestens in der letzten runde nein dann fahr so dass ich ob überholt dann musst du keinen sprint sparen ich glaube so langsam machen wir hier aber nicht ich habe training ich bin ich beide noch ich kann nur noch ein safety carretten also wenn jemand keine ach ja jetzt kommt jetzt kommt ganz mehr er ist auch vor 10 noch wenn jemand keine lust mehr hat bitte mit dem kurs der ersten sektor grün fährst ich habe ja ein mate der jetzt mal punkt holen kann wie war das gerade schalker helfen sich denk das es kommt doch kein safety car mehr ja aber vsc eventuell das würde schon helfen ja das auf jeden Fall 0,5 oha 0,3 0,06 0,5 0,13 0,03 also für das feltor und schießen hand lagen aus gut warum bleiben wir nicht etwas daran ihre流 feel svC jetzt recht deswegen machen wir das jetzt auch oder gibt mir was von einem strl unter 1 und auch nach 400 m tanker ich hoffe das auto gebe ich einfach aus hier kriegt mich ich gebe gerade nur halbgas reichte mich ja ebenso scheint gerade so zu sein ja aber damals heftig kommt kommt keins jetzt kommt die tiefkeit also die softs haben 40 prozent jetzt also ich habe keine planen wie das hier mit den reifenmanagement ist ohne scheiß geschweige reifenmanagement und sprit ich finde ich die aktive ich nicht keine sorge ich will sie lassen ja Julian hattest du Bock auf 3? hattest du Bock auf 3 sekunden? ne eine scheiß runde noch alter alter in der kurve hilfe jetzt ist eh vorbei jetzt kann ich auch Gas geben die drei sekunden aus mir aber abziehen ey er hat die session verlassen also das war krass das war jetzt bei allen ne ja und bei Lars ist der jetzt komplett rausgeschossen wegen dem bug oder anders? wegen dem bug wahrscheinlich der hat die session verlassen ok mate fire it all up keep your concentration and let's bring it home ja ok ok k warum jetzt also 0 4 so viel ausmacht so ein dreck was für ein wix denn ist das marco ich habe es dir gesagt stoff gamer 28 sekunden ich habe 25 sekunden bekomme ich ausweichen musste er hat passiert startet oder so werde ich schmutz jetzt habe ich mehr erik ich komme noch vor dich man warum weil ich wegen dem scheiß leck gerade von der strecke abgeflogen bin und ja aber da habe ich doch auch gut unter den leck habe ich doch auch gelitten ja du hattest doch schon vorher sechs sekunden erik ja und aber trotzdem muss habe ich auch untergelitten ob das auto fast verloren ja ich habe dafür eine strafe bekommen alter ja und das erinnert dir das renner geht nicht das geht ja nicht doch doch natürlich das geht wenn das gegen hansa ist dann geht das immer das hat spaß gemacht gerade echt wirklich spaß gemacht guck mal williams auf dem podium das spielst du rief was ich will einmal fährt einmal mit macht vierfach so viele punkte wie sein teamkollegen zählen schon traurig so dann direkt umbauen hier gut dass ich den pullover vorher abgezogen habe ausgezogen abgezogen alter hat stoffgemer 28 sekunden gehabt ja ja ich denke der wird aus dem gleichen grund noch zehn bekommen haben wie wie marco also aber ja tendenziell so ja aber ich glaube tatsächlich das flippt die politik freddie ohne strafe jungs er zeigt euch wie es geht das ist stark aber ich hatte auch sprit und habe keine weitere strafe bekommen ja aber der ist halt also ich das fand ich schon okay dass das gemacht hat weil er halt abseits der strecke weitergefahren ist okay okay das war schon oder habe ich ja richtig für meinen teamkollegen richtig punkte auf mercedes und da scheiße der andere mercedes ongel ist aber so weit vorne fack mal live weiter janik ist nicht da und er ruht trotzdem punkte ich fick mein leben egal aber war schon und dann würde ich beim absetzten bis morgen ja